Der Vollbekloppte mit seinem Hammer. Na ja, du musst los. Ich bin bloß mit. Da geht's doch schon los da drüben. Das geht doch hier. Und doch fassen. Rein rennen und sterben. Na ja, rein rennen und die Kürt umlegen. Da hinten, ja. Guck ich mal hin. Ja, ja. Da sind wir das für alle. Take this, you motherfuckers! Ein weißer Granate. Mal doch. Halt doch wie du zuckst. Na ja, ich hatte einen schwarzen Arm. Nein! Oh, er hat mich alter. Nein! Müssen wir aber warten. Es könnten drei oder vierer gewesen sind. Ich glaube das war der Kopf. Ich meine Waffe klemmte hoch. Melody hat mich, ja. Du musst auch nicht drei gehabt. Gut, okay. So lecken das ja auch wieder. Dann macht die platt. Lootet hier und dann raus. Da kommt ein Wahnsinn. Ah! Wir nehmen sie ja nochmal rein zwei. Brauchst du ja dann noch. Aber die wetzt jetzt erstmal nicht mehr. Ach so, ach stimmt ja. Kommt ja später. Na das ist nicht schlimm. Die schaff ich dann schon. Die sind aber auch ewig nicht umgefallen jetzt. Die sind ganz schön gepresst. Das sah so gut aus. Ich kann nicht. Da kann man nichts machen. Mhm. Die waren nicht alle wieder. Wie ist denn mit M855 und PS? Na ja. Ja. Melody hat mich verschossen. Ja, der hat mich. Das Arschloch. Der dürfte PS haben. Der hat mir den Rest gegeben. In der Head. Der Rest. Da zuckst du schön, wenn du getroffen wirst. Zappel, Philipp. Alter, ich hab sie sehen. Wie es dich zurückgegeben hat. Da ist noch einer. Die letzte Wehe waren an dem Stapler noch. Die liegen tot in der Ecke. Ey, ne. Ich kann doch deine Weste mit rausbringen. Du Tops. Wenn das passt, ja. Schmeiß ich denn so eine kleine Waffe weg? Und meine Waffe brauche ich ja auch. Und meine Magazine. Ich brauche ja alles. Aber du willst ja auch was looten. Ansonsten hast du halt was looten. Ach so. Äh. Brauche ich bloß. Hier warf man die Weste und die Magasine. Einen Helm. Ey. Hier kam einer wie so ein Stier. Brrrr. 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 Ey, das ist doch der Beklopte oder was? Das ist vielleicht okay da. Wieso ein Stier? Ja. Ja. Du lachst. Ah, geil. Schnauft ja so. Ich weiß es gar nicht. Es ist er. Doch. Da schnauft hier Schwein. Leg ihn oben. Verpiss mich. Ich habe dein Zeug an. Ach so. Ich komme kaum aus der Hefe. Mhm. Das sind doch die Schweine. Das muss ja schwere Hammer sind. Ach. Ich habe zwei Magasine. Zwei Sechziger. Deine Waffe. Boah, die Raumhörer. Genau. Ich habe schon mitgenommen. Oh, gar nicht. Und zwei noch. Oh, die nehmen. Ja, schnauft. Doch. Brrrr. Brrrr. Als hätte er nicht mal Latten am Zaun. War der verwundet oder was? Nee. Aus der Buste. Da ist er hinterher gewandt. Das war einfach sein Wutgeschnaube. Ach so. Sein Wutgeschnaube. Ach, der ist alles natürlich. Sein Wutgeschnaube. Ach, ich geh ein. Oh, damn. Mach deine Magasine voll. Ersatz-Monitor musst du mitbringen. Ja, musst du nicht. Ich habe ihn auch genug hier. Könnt ihr was mitnehmen? Ja. Ey, das voll glipst. Alter, das ist. Mhm. Schmeiß den Rucksack hin. Alles versichert. Ja, ja. Alles aufmunizieren. Und auch nur das Brett zu. Wie wenn die Kampfe. Am Western. Hä, Mann. Der West habe ich gar nicht. Ja, du bist ein Kops. Hm. Naja, gut. Das geht doch. Die Waffe habe ich auch noch nicht. Ach so. Ah ja, stimmt. Oh, sorry. Ich finde, da war ja was. Die ist ja, was waren voll jetzt. Aber mein Rucksack hätte ich gern wieder. Ähm. Den kannst du ja später. Oder? Ja, warte. Brauchst du noch was zu trinken? Nö. Da bin ich voll. Nimm mal. Pack mal ein. Guck mal, ob ich eine Weste schießen kann. Oder so. Oh ja, irgendeine billige. Das ist ja bloß ein Magazin reinpassen. Mal mit hier. Was kriegen sie schon? Ach, das ruckelt. Oh, ist das ein Scheiß. Bei mir ist richtig, das ist kaum ein Kino. Ach, hier liegt doch schon was Todes. Okay. Oh, das war ein Teammate. Ja. Da muss ich mal gucken, ob hier einer reinkommt. Ja, da kommt einer. Denk dran, du kannst nicht nachladen, du brauchst erst eine Weste. Da ist noch einer. Okay. Der ist noch rechts, wo ist der? Mann, ich muss doch mal heilen. Nee, ich muss doch mal hier rein heilen. Hier zu. Geht die zu, ne? Ja, eigentlich schon. Der geht nicht zu. Oh, Takila. lacht schon wie so ein vollbekloppter entladen der kommt jetzt nicht herein und sonst mann das geht da er noch davon kommt Leid schuld. Ich sehe, wie es geht. Ich brauche meinen Rucksack. Hast du schon die Vespa? Nee. Schmeiß mal meinen Rucksack ab. Dann trinke ich dir die Vespa. Magazin hast du auch zu machen. Boah, warum nehmen wir den da nicht mehr? ZZ, Alter. Hä, der ist schon weg. Wo ist denn der? Hä, bin ich bescheuert? Ah, hier liegt er doch. Boah, ich wollte schon sagen. Ich habe ihn doch gedrückt. So, ich bin erstmal wieder da hier. So, warte, ich packe dir gleich die Magazine rein. Bisschen Heimung. Achso, nimm dir von dem. Der hier liegt. Da ist alles drinnen für dich. Ey, du sollst ja die Weste nehmen. Da, von dem Toten. Nicht von dem. Von dem Toten PMC, Alter. Ach, ja, ja. Ah, hier. Genau. Einmal frei. Wunderbar, das klappt. So, jetzt gehen einlegen. Da hat es nicht mehr viel dran. Ich habe seine Granaten noch genommen. So, jetzt muss ich denn hier... Wo sind die Leute zurück? Geschafft. Okay. Jetzt müssen wir bloß raus hier, wo Takila kommt. Oder wir legen den geplotten Takila um. Ah ne, da schlägt mich wieder tot. Ja, ja, eben. Oh, nein. Die hat den gestellt, genau. Ja. Eine SR-25, wenn du willst. Oh, die ist natürlich schon ein Schrott. Oh, den BX-15 habe ich. Großen Rucksack hat ja. Da kriegst du halt nur Medizin rein. Egal. Ich habe hier einen SF-MP, ja. Ja, das ist das Ding aber. Hier ist noch Locals Reif. Ja, ja. Den müssen wir uns umbringen. Medizin Rucksack jetzt packe. Da ist drüben, wo sie fallen waren. Ja. Nein. Woher muss ich noch? Ja. Na, gucken wir mal, ob wir sie noch kriegen. Aber hier ist ja auch Takila unterwegs. Das Regen. Da kriegst du so gut. So, hier oben. Ja. 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 Da kommt noch immer noch vor, ja. 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 Ja, ich bin doch vor. Ich sehe das schon offen. Wollt ihr vorm Exit? Siehst du? Oben im Büro sind sie, drei Mann. Okay. Also im Bad sind die lang gelaufen. Ja. Was PMCs? Ich weiß nicht ob die Skets oder PMCs waren, die sind alle drei hintereinander. Es könnten PMCs sein. Okay. Ich hab sie nur ganz kurz von hinten. Aber Skets laufen da nicht so in einer Gruppe so schnell. NICHUJA NETTUT NICHUKO! Schau mal raus. Wer reicht's? Wer reicht's? Denk ich auch. Wo bist du? Alter schießt er mich noch in Fetzen? Ey. Dieser schreckt der Hund nicht. Das warst du nicht oder? Doch. Achso. Ich denke du bist am Ausgang. Hier ist der Ausgang. Der Ausgang ist da hinten. Achso darf ich. Alter lege ich dich noch in hier. Oh. Jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Die Wasserten. Hm. Ist das ein Idiot? Herrlich. Ich hab vier PMCs um den Haufen geschossen. Für auch drei. Das war genug da jetzt. Krass. Du bist eh. Overmatch. Du bist eh. Einer sind reingangsch深. Bis zum nächsten Mal.